Ja, dies ist ein sehr interessantes Projekt im Rahmen des Riga Sommers. Das ist ein Nachbau einer alten Kamera. Und da kann man sich wie vor 100 Jahren fotografieren lassen. Hier ist das Objektiv. Und es gab parallel zu dem Projekt auch sehr interessante Workshops, wo die Menschen auf lichtempfindlichen Papier Dinge legen konnten und so sehr interessante, bizarre Muster und Fotos entstanden. So, hier sieht man das von innen. Dort kann man sich vor das Objektiv stellen. Und dann sieht man sich auf diesem Bild aufgenommen wie vor 100 Jahren. Das ist jetzt schon relativ dunkel, da kann man das nicht ganz so gut erkennen. Aber insgesamt ein interessantes Projekt. Hier sieht man noch die Bäume, trotz des schlechten Lichtes. Und da war irgendwas. So, hier ist es.